Schamause wieder hier mit Mundabzocka. Hallo, servus. Ah, also weiter geht's mit Last Guardian. Beim letzten Mal hatten wir... Sinter Parcher. Genau. Beim letzten Mal waren wir mit Rick unterwegs, eh klar. Haben böse Augen besiegt, ordentlich herumgejumpt sind wir wieder. Wow, das war kletterte. Wow. Wegen meiner Unfähigkeit. Ja, und der kleine Bube macht's auch nicht besser. Na. Na, war wichtig. Mal schauen, heute wird's weitergehen. Wir sind da gelandet auf irgendeiner Säule. Der Riko haben wir alleine gelassen. Und wir suchen einen Weg. Ja, einen Weg weiter auf jeden Fall mal. Viel Spaß wieder beim Zuschauen. Weiter geht's für den siebten Part. Was? Was war das? Gut, Bruder? Ja. Busschen. Fangen wir nicht schon wieder an. Okay, Loch in der Erde, wir schauen, was da reingeht. Oh, 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 oh. Er reicht schon wieder so komisch. Auch deswegen. Rüstung, Rüstung. Rüstung, Rüstung. Lebt die schon? Nein. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Schau mal nach rechts, ist ja nichts. Ja, da geht es nur runter zu dem Tor, wo ich nicht rein will, weil da verzahnt es mich hin. Schaffe ich es. Ja, raus die Rüstung. Ja, wie denn? Ja, rausrennen dann wieder. Ja, und dann? Der hängt an der Säule rum. Wir haben gesagt, wir kommen wieder. Vielleicht ist das Motivation für ihn, dass er rüber springt. Na, der soll es einfangen. Geh mal vorbei und guck. Kann ich nicht, glaube ich, es ist vorbei hagel. Ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht mehr hinhängen. Na dann, laufen. Ja, ich bin mitgekuchen. Ja, ich bin mitgekuchen. Ich bin mitgekuchen. Alter, die werden immer hartnäckiger, die Viecher. Gut, gut, super. Ja, genau, super. Okay, Wasser, Gasser. Vielleicht muss ich mich nicht so arbeiten. Nein, das ist, da ist tot. Da ist gleich tot. Ja, bleib links. Das hat Rottel leider. Was habe ich ihnen getan? Da links rüber, da links rüber, da links rüber, da links rüber. Ah, je, gute Augen. Ah. Wo geht es da lang? Ah, da ist diese Treppe. Und wo ist das Rottel? Da unten. Ah, okay, check, check. Das hat Zeitschalter. Ich weiß nicht, das ist so ein Feeling. Ja, dann... Nimm die Beine in die Hand und renn. Ja, jetzt steht er wieder da. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Da war ich. Na, beim Tor. Du lullo. Wow! Die schießen Trikot ab. Kann ich die schubsen? Rickeln rüber. Boah. Die Rüstung ist am Schlenken. Ja, die tun meinem Trikot weh. Links links rüber. Und der hängt auf der Säule und kommt wieder vorne früh. Okay, raus, weiter. Ja, schon gecheckt. Alles Säule. Ja, aber weiter. Ja, da steht aber einer wieder. Hey, Sticker. Hey, Sticker, komm ich... Oh, wow! Oh! Ja, ey! Der Stumperz! Stress! Mit der Hoten hier ist der Wahnsinn. Okay, wo war ich denn? Ja, da ist der Stumperz. Ach ja, da war er nicht. Ja, ja, ich auf den Dicken einmal runter. Dann lupst du den Schalter. Da wird der Stumperz. Dicker? Dicker! Ich habe ihn nicht mehr oder weniger. Ja, ich habe ihn nicht mehr oder weniger. Eht, der Schuss! Oh! Oh, das ist doch... Ja, ich hab schon checkt, dass er nicht fühlt. Ist der Dicke noch da? Ist der Dicke? Nicht auf seinem Posten, ideal! Wer ist der Rehn? Das ist der Dicke, ja. Ich bin der Dicke, ich bin der Dicke. Was ist der Dicke? Was ist der Dicke? Ja, ich bin der Dicke. Oh, mein Gott. Was ist der Dicke? Was ist der Dicke? Was ist der Dicke? Ich bin der Dicke. Dicke. Das ist der Dicke. Dicke? 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 Dicke, ich bin der Dicke. Das ist doch noch ein Spiel. Das ist doch noch ein Spiel. Ja, das ist jetzt noch ein Spiel. Ja, das ist doch noch ein Spiel. Oh! Komm los, wir haben mal da. Komm los, wir haben mal da. Ich kann sogar noch nicht mehr. Keine. Keine große. Keine große. Ja, kommt noch ab und zu etwa wie ein Welpe. Das ist doch noch ein Junge. Du bist doch unten von der Mama. Ja, das ist doch einfach. Ja, das ist doch ein Junge. Ja, das ist doch ein Junge. Ja. Ja, das ist ja ein Junge. Ja, das ist doch ein Junge. Ja, das ist doch ein Junge. Seid, der Trikkos, nein. Können wir jetzt kurz durchatmen? Es gibt keine Zeit für durchatmen in solchen Tangle. Aber er ist doch noch mit Welpen. Komm, hast du irgendwas auf den Augen verloren, dann erwisch dich dann eigentlich der Giftpfeil im Album zurück. Warte, warte. Voll zum Streichen. Okay, einmal nichts. Hat er drüben. Schmetterpatter. Oh, das ist süß. Oh, oh. Ha. Ha. Oh, dann mache ich die Tür wieder zu. Okay, da muss Trico irgendwo raus haben. Das Tür auf geht wieder. Da. Klete. Dann musst du rauslettern. Geh auf den Kopf. Und klettern klettern. Äh, klettern auf Klete. Klettern auf Klete. Klettern auf Klete. Das war unerig. Oh, das hätte ich schon lange nichts gekriegt. Ich hab mich vorher zu fesse negoschen gegeben. Ja, das sind zwei fesse. Wie so zwei Emom Games. Das heißt, wir füttern drittert, oder wie? Ja, wann haben wir das letzte Mal was gegessen? So kleine Asiaten brauchen nicht zu oft zu müssen. Ah, quatsch, quatsch, quatsch. Oh, kann mir Fresschen. Ei, 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 ei. Mal, wer mich anguckt, ich werde mich gleich fressen. Ich glaube, ich bin da falsch. Ich weiß nicht, aber ich glaube fast nicht. Aber da gibt's noch. Einfach nur strange, dass du da oben bist. Da rüber vielleicht, aber auch nicht. Da ist auch nix. Ja, aber die Kette hängt dich ja nicht zur Hilfe. Hoppala. Warum sollte die Kette sind da? Ich weiß nicht. Jetzt auch mal an dem Gerät da. Wo ist denn das? Wie ist das? Na, mir ist das so. Ah, der hat Hunger. Das waren gerade Viecher. Eidechse! Da ist er, Eidekse. Er hat Hunger. Das ist ja eingeklemmter. Ja, ja. Vielleicht finde ich da was zu essen sehen. Sicher wieder so blaues Faust, dann zieht Riko an und der Kette und die Tür geht auf. Wow! Aber was? Wäre komplett egal, wenn es da runterfällt. War alles finster. Ich schaue mich gerade um, wo ich hinmache. Ah, okay. Dann hast du richtig Mut. Ich schaue mich gerade um, wo ich hinmache. Ach so. Gehen wir irgendwann noch draus, oder? Wieso? Glaubst du? Schau mal, schau mal, schau mal. Ja. Rauswerfen? Nichts, oder? Kannst du Spassel raufwürfen? Nein. Nein. Ah! Ah! Ja. Arme, arme, tricot, tricot. Rausgang für dumme. Ja. 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 Dein Freund verhungert hier. Und du? Ja, so würde ich raufkommen aber. Ja, ja. Ja. Ja, ich will aber mit dem Fass hier rauf. Vielleicht muss ich im Dunkeln irgendwo warten hin. Durchgehen. Weil wenn ich da runtergeflogen wäre, müsste ich auch irgendwo... Okay. Nein, dann könnte ich drauswürfen. Auch wieder rauf. Mal schauen. Dann gehen wir halt mal da durchs Loch. Ja, ich will nicht. Ja. Ja. Die. Warte. Ich komme zu dir mit dem Fass raus. Ja, wie komme ich damit wirklich mit dem Fass raus? Ich hoffe, vielleicht kannst du es von da rauswerfen, nicht direkt davor. Ja, warte. Jetzt schon mag ich es. Ja, gar nicht so davor. Nein! Alter! Warte, wo schießt der hin? Ganz runter! Alter! Er ist so unfähig, kann er das nicht so hinstellen? Ja. Und jetzt her. Nein! Nein! Das ist ja echt beschiss. Blödes Fass, Alter! Ich krieg Gott Hunger! Ich muss noch einen anderen Weg gehen. Ich muss noch einen anderen Weg gehen. Ich bin da reingegangen, wo ich runtergeflogen bin. Da bin ich runtergeflogen. Ich bin da drin. 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 Nehmen. Nimm das Fass. Und nehmen. ist dort da kommt ja einer rauf komm, das musst du dich hoch schaffen das ist ein Stück schön da kann ich auch warten ah, kommt immer dumm na gut, dann gehen wir da auf den Gleisen entlang jetzt haben wir es wenigstens, das war es die Geburt die Unnötige wir marschieren wie die Zwerge in der Mine komm, lass das Fass jetzt ja nicht fahren ich sag's doch schon, Trico oh ja, der sitzt doch gemütlich in der Sonne Trico, fang! na, ich nur ganz liebevoll besser drauf jetzt wei 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 wir fahren uns drin wei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, okay, von da drüben, da runter, rüber, und auf das Teil. Okay. Last Zone. Das sind mehrere Eintrigger. Aber jetzt können wir noch fehlen. Wahrscheinlich. Ich hab nur auf den Weg geschaut. Ich auch. Haha, dahin ist wahrscheinlich gerade einmal gegangen, ich weiß nicht. Nein. Okay. Okay. Und wir hauen uns jetzt wie ein Assassinen runter. Jihau! Genau. Ich hoffe, dass ein Haltwagen ist. Oh. Fährt er aus dem Weg? Ja, wie denn? Der hat ein Schiss vor seinem Auge. Oder? Zwangs vor deinem Auge. So, das dreht sich da, gendlich. Was hast du vor dir, ne? Wo um gehst du? Ich bleibe nur bei uns. Ich blöde einfach. Schau! Damit du mal raus hast. Tschö! Gummelsflügelchen! Oder? Springt er? Ja. Wahnsinn! Wahnsinn! Warte, warte! Warte, warte! Oh, oh! Ah ja, jetzt hat er's krank! So, uh, und ich freue mich nicht mehr! Jetzt bin ich wieder da! Ich bin ein verlassenes Käppchen! Ist ja gut, du schaffst das! Alles ist gut! Wo soll ich jetzt hin? Lustiger! Auf der Fall! Wie hoch stehen die Chancen? Puh! Musst du probieren, oder? Aber nicht so wahr, Kächter! Ja, ja, jawoll! Ja, der hat heute gespielt! Sehr Indie! Indie ist der Gründer! Indie! Dann lebe ich gleich! Ich bin ein kleiner Inder! Was passt denn dazu? Kein Hasiater! Dann ist das Grün hier! Grün zu Grün! Grün zu Grün! Ist das ein Omen? Ja, das ist immer noch mein Trikot! Was? Ja, oder? Was? X ne! Was? Ja, eh! Hab ich ja mal gedacht, ich könnte... Wann bleiben! Nimm das Seil, take that rope and clamp Bony Da, wie du mein Job bist Ganz von wegen Bony Die Bony geht nicht Fasching Boah Alter Boah Okay Die Bony geht nicht, das ist faschendes Trikot Okay Wollen wir diese kleine Flügel hin? Ja Ein paar Krallenfüße Die Hände auch Den Blick, wenn es was zum Essen gibt, hat es eh drauf So, 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 so So, so, so So, so, so So, so, so Hoffentlich sind die anderen Trikots uns auch wohlgesonnen Wenn ich das Trikot mit seiner Family Probleme kriege, weil wir auf ihm reiten So, so So, so So, so So, so So, so Tide rope Tide rope Ohne ich hätte Balance Ich hätte mich da berghülsteilmäßig angehängt und rübergehauen So Da braucht ihr nur nicht Windböe kommen Ungefährlich Ja, eigentlich schon Wo sind seine Eltern? Verstoßen Schau mal, Trikot hupft da unten umeinander Das ist grad wieder am anderen aufgelassen Mal wieder aufgeplustert Mal wieder aufgeplustert Ich schau ihn dir an Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüs Ohne du 체ke Ja Nur Ich weiß nicht. Kannst du mal? Ich hab da eine Katzenfote. Alter, runter. Okay, ich kann gar nicht springen von da. Alter, was tust du, Junge? Nur deine Schuld. Nur deine Schuld. Nein. Nur Boni schuld. Boni bleibt da. Wenn man sich Buttonsmashen, sogar wenn ich stört. Das ist gerade durchgekommen, bitte. Das letzte Mal habe ich mich noch aufgefangen und den Haxe gebrochen war. Du bist ihm egal. Ist's mir egal. Du gibst ihm nichts zu flessern und du siehst nur aus. Ich ziehe mir immer Spiere raus. Genau. Haben wir weh? Ja, ich steck's ja mir in der Reine. So, weiter geht's. Hier hat große Sprungreise mit ihm. Drück auf, dann gehen wir. Wohin? Joder, wohin. Oh, mir. Hm, da geht's nicht so lange. So dreier ich da. Sehr sinnvolles Geburt. So bin ich mit dem... Du musst wieder mit deinem Wettbewerb. Ja, warum hin? Ab gestern ist es von einer Lade, oder? Mach dir das Haus gar nicht mehr, oder? Nicht immer. Das Haus da oben kann ich jetzt noch nicht stören. Ja, das ist das! Das ist das Haus gar nicht mehr. Das ist das Haus. Das ist das Haus. Das ist das Haus. Das ist das Haus. Das Haus 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 ist das Haus. Das war mal schon da, oder? Ja. Oh, ich war wieder die Wiese. Okay, go. Becker? Boi! 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 Ich weiß selber nicht wie ich dir helfen kann! Boi! Jetzt schlägt das Scheiße. Nein der Station ist nicht. Boi! Boi! Ich habe ihn. Schnapp zu du Wexer! Boi! Der lasst dich fallen! Hahahaha, ich war schocken! Mensch, Mensch, Mensch! Er war ja Katzen, wirklich! Wie es ihm geht eigentlich? Ich befreie ihn von den bösen Augen, was macht er? Er lasst dich voll im Stich! Alter! Gar nicht lieb vom Trigger! Das Schlimme ist, ich würde, wenn ich Hebel betätige, sofort zurückrennen, aber er stampft nicht! Ich glaube, das ist auch Hauptsache! Ja! Wenn man sich an den Trigger nicht verlassen kann, dann wäre es sehr unzuverlässig! Genau wie die Post! Ja, der ist umzufangen! Was? 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 Ja, Böger! Was? Hätte Trikotflügel! Flügel, ja! So gut gespielt! Der lasst dich hier wieder fallen! Sehr ruhig! Ich vertreue ihn nicht mehr! Nein, wenn du mitfühlen bist! Oh, du kannst dich herrn! Jetzt aber... Jetzt lasst du mich wieder fallen, der Wichser! Alter! Jetzt noch weitere Chante-Action! Mit Trico und dem kleinen Ubikant. Mit mir! So, kein böses Orgel, jetzt geh weiter! Komm! Ja, lass uns da, da werden wir schon! Da hat keine Zeit zum Schander! Komm! Nach hinten jetzt! Trico! Wenn du dich doch gerne mit Dach halten! Ja! 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 Du bist da auf die Regeln! Ja! Ja! Also blaue Ohren! Blaue Ohren, grüne Hörner! Es ist auch die, es ist die Turquise! Turquise, ja! Wie man schaut ist so ein Auge. Was haben ihnen die Auge gemacht? Das wüsste ich ausgehen. Oh, komm ich schon wieder. Und jetzt muss er aber auch ein bisschen. Der Räuber. Der Räuber. Der Räuber. Das ist der Räuber oder? Das ist der Räuber. 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 Es wird mir runter. Lass auf das Herz zerfressen. Guten Morgen. Ah, jetzt hilft er dich gut. Bist du verletzt? Oh, ich bin komplett bludig. Bist du gut? Bist du gut? Aber es fühlt wie eh und je. Ich habe wieder Hunger. Du fütterst ihn ja nicht. Ja, wie den? Glück nicht. Er kommt nicht dran. Wir kommen. Also, dass du dich da nicht getreien kannst. Also, dass du dich da nicht getreien kannst. Oh! 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 Ich kann ihm Befehle teilen und da herumzappeln. Ich kann ihm Befehle teilen und da herumzappeln. Oh, jetzt ziehe ich aus das Gewand. Ich bin nicht so. Oh! 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 Komisch. Jetzt geht es aber. Ich weiß gar nicht. Nicht durch die Messer. Jetzt sieht das halt klar. Jetzt auch. Ich sage das mal. Ja, ich sehe das mal. Das war es nicht so sehr. Rauch ist da! Das war die erste. Das war's nicht. Und er ist. War der Trikong nicht größer als der andere? Ich weiß nicht, hat man vielleicht gesehen. Aber er droht da oben. Aber hier waren wir doch schon mal. Na gut. Bis da weiter geht, werden wir es sich nächstes Mal anschauen. Der Trikot ist verwundet, wir auch. Das war's mit dem siebten Part von Mars Guardian. Mal schauen, bis es beim nächsten Mal weiter geht. Und wer der böse Trikot ist, der uns darunter geschubst hat. Genau. Danke fürs Zuschauen wieder. Wunderzocker und Schamosi. Sagen Dank. Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.